Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag und ja, ich dachte mir, es ist jetzt mal Zeit, euch eine frohe neue Nachricht zu verkünden. Und zwar habe ich jetzt seit diesem Monat, beziehungsweise ja, dieser Woche einen neuen Job, also einen neuen Teilzeitjob-Hauptjob. Genau, ich hatte mich ja jetzt schon seit einigen Wochen umgesehen nach einer Alternative, nachdem ich mich ja jetzt von der Arbeit, wo ich ja war, nach dem Freibad, beziehungsweise am Empfang ja getrennt habe, weil das einfach nicht gepasst hat mehr. Da habe ich jetzt ja nach was gesucht, wo ich besser mit dem Studium vereinbaren kann und ja, bin tatsächlich fündig geworden mit einer super tollen Stelle. Da gibt es aber eine kleine Geschichte noch dazu, weil das wäre fast nicht zustande gekommen. Und zwar hatte ich Ende September, beziehungsweise ja, Mitte Ende September rum hatte ich die Bewerbung geschrieben, habe dann Ende September eine Einladung bekommen zu einem Gruppengespräch. Und nach dem Gruppengespräch, ja, da habe ich wohl schon einen guten Eindruck gemacht und bin dann eingeladen worden zum direkten Vorstellungsgespräch, also alles online über hier, wie heißt es, Zoom und so weiter. Genau, und dann, ja, nach dem direkten Vorstellungsgespräch dann im Prinzip, habe ich dann auch, ich glaube, einen Tag später direkt die Einladung bekommen für ein Probearbeiten. Genau, und ja, weil der Herr, der das organisiert oder er dafür zuständig war oder ist bei der Firma, hat gesagt, ja, ich habe da so einen guten Eindruck gemacht und er könnte sich das gut vorstellen und so weiter und so fort, auch aufgrund meiner Vorerfahrung gerade bei der Corona-Impf-Hotline. Es geht nämlich um einen Job als Telefonistin in der Außendienst-Terminierung, sage ich es jetzt einfach mal grob. Genau, und dann hatte ich, wie gesagt, eine Woche, im Prinzip, das war die erste Oktoberwoche, glaube ich, hatte ich dieses Probearbeiten, das ging, das ging die kompletten fünf Tage, auch eben, also komplett auch den, fast den ganzen Tag, also von morgens bis nachmittags im Prinzip. Genau, und das hat mir so viel Spaß gemacht, es lief echt gut und genau, und ich habe auch direkt am ersten Tag, wo wir das erste Mal dann auch telefonieren durften, habe ich auch direkt positives Feedback bekommen und auch eigentlich die ganze Woche über immer wieder, ja, gute Rückmeldungen bekommen und dann am letzten Tag, freitags, hatte ich dann mittags das Gespräch auch wieder mit dem, mit dem Mitarbeiter, mit dem ich auch das Wochenende Gespräch hatte und er sagte, ja, er war eigentlich total überzeugt von mir oder ist total überzeugt von mir und hätte mich am liebsten direkt eingestellt und, aber es haben wohl halt, beziehungsweise die, wo nochmal über ihn Sinn sozusagen, ja, hatten dann entschieden, dass ich für das Projekt jetzt nicht so gut geeignet bin und, ja, dann habe ich im Prinzip eine Absage bekommen, war dann natürlich mega enttäuscht, weil ich, weil es mir einmal so viel Spaß gemacht hat und ich mir das so gut vorstellen konnte und mich da so wohl gefühlt habe und natürlich auch, weil ich so gutes Feedback bekommen habe die ganze Woche über und konnte dann nicht verstehen, warum ich jetzt auf einmal, ja, warum man mir jetzt auf einmal dann absagt. Ich habe dem Herr das dann auch abends nochmal geschrieben, habe dem das dargelegt, wie, wie ich das empfunden habe und so weiter und er meinte, ja, es gebe eventuell die Möglichkeit, mich dann vielleicht später mal, falls es dann noch in Frage kommt, für ein anderes Projekt einzusetzen. Ja, genau und dann habe ich, oh, jetzt muss ich überlegen, war das letzte oder vorletzte Woche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte ich dann einen Anruf plötzlich bekommen von ihm und er sagte mir dann, ja, sie hatten jetzt nochmal ein Meeting bezüglich des Projekts oder generell halt, ja, den Neueinstellungen und er hat mich dann nochmal zur Sprache gebracht während des Meetings und sich da wohl ein bisschen für mich eingesetzt und, ja, ob ich Interesse hätte, ab November einzusteigen und dann war ich mir immer schon so, oh mein Gott, weil das, wie gesagt, dieser Job ist für mich im Prinzip das Nonplusultra, was eigentlich die kompletten Bedingungen angeht, also es passt von der Arbeitszeit mit 20 Stunden in der Woche, ich kann mir die 20 Stunden so einteilen, wie ich das brauche, also gestüttelt im Prinzip auf die 5 Tage, also das nächste ist eine 5-Tage-Woche, keine Wochenendarbeit, keine Schichtarbeit im Sinne von Spätschicht, also die, ähm, man, ähm, ja, eine Arbeitszeit hat man im Prinzip in einem Zeitfenster zwischen 8 und 17 Uhr, innerhalb von dem Zeitfenster kann man arbeiten, ähm, keine Feiertagsarbeit, zwischen, ähm, glaube Weihnachten und Neujahr ist, ähm, hier, genau, sind Betriebsferien, da muss man dann auch nicht arbeiten, Ich glaube, das hatte ich euch in einem Video, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da, ähm, ne, dass ich da so begeistert bin von dem, von dem Job oder von den Bedingungen und wie gesagt, den Job habe ich jetzt letztendlich dann doch auch bekommen, ich bin so happy, ich hatte jetzt gestern, ähm, den ersten Arbeitstag, äh, und heute auch wieder, heute habe ich auch direkt, äh, wieder, äh, von der einen Projektleiterin super positives Feedback bekommen, dass ich wohl die, ähm, höchste Anwaltquote habe, äh, momentan und gestern, wie gesagt, an meinem ersten Tag, habe ich wohl mehr, äh, angewählt, ähm, als Teilzeitkraft, als jemand, der dort in Vollzeit arbeitet, ähm, ähm, keine Ahnung, ich habe halt einfach meine Arbeit gemacht und, ähm, es macht mir einfach Spaß und es ist, wie gesagt, es ist super perfekt, passt sich das einfach an meine aktuelle Lebenssituation an mit dem Studium, ähm, ich sage, oder heute habe ich mir auch so gedacht, ich hatte jetzt heute Vormittag, ähm, habe ich gearbeitet und hatte dann noch ein Meeting, ähm, bei der Arbeit und das ist dann um zwölf Uhr das Meeting aufgehört und um zwölf habe ich, äh, im Prinzip hier, bin ich direkt, äh, in die Vorlesung reingesprungen und ich dachte mir, es ist eigentlich eine richtig tolle Abwechslung, weil bei meiner Arbeit, ähm, bin ich eigentlich diejenige, die die hauptsächliche Zeit redet, ne, am Telefon und bei der Vorlesung kann ich hauptsächlich zuhören, also es ist, es gleicht sich dann auch so schön aus, ähm, und es ist einfach, wie gesagt, ich bin einfach mega glücklich und, ähm, ja, da wollte ich euch einfach, äh, davon erzählen, wollte euch da so ein bisschen, ähm, ja, auf den neuesten Stand der Dinge bringen heute, ähm, ja, jetzt muss ich hier noch, ich, deshalb bin ich auch nicht zum Mittagessen gekommen, ich habe heute Morgen nur mein Müsli gegessen und, ähm, habe dann hier nebenbei, ich bin vorhin bei der Vorlesung noch ein Schokoriegel gegessen, deshalb hier jetzt erstmal noch, ähm, ja, mein verspätetes Mittagessen oben, kurz nach drei, äh, ich muss jetzt auch gleich wieder los, ich werde das erstmal essen, dann muss ich wieder los den Raphael abholen, dann, ähm, ja, habe ich nachher noch einen Termin bei der Krankenkasse, ähm, wegen der Versicherung, also wegen meiner Krankenversicherung, äh, weil ich ja jetzt die Zeit, ähm, dazwischen, wo ich jetzt praktisch nirgends angestellt war, äh, muss ich mich ja jetzt wieder rückwirkend Familienversichern lassen, dann brauche ich noch eine Bescheinigung von der Krankenkasse für die Uni, ähm, dass die, äh, nein, eine Bescheinigung haben, dass ich krankenversichert bin, dann müssen wir noch einkaufen gehen und dann bin ich heute Abend auch noch bei der Aufsicht eingeteilt, also heute voller Terminkalender, ähm, ja, deshalb werde ich da jetzt auch nicht mehr groß rumreden, ich wollte, wie gesagt, einfach nur geschild erzählen, ähm, ja, wie es aktuell aussieht und, ähm, ja, werde mich dann die nächsten Tage wieder bei euch melden. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag und wir waren jetzt beim Kaufland einkaufen, ähm, ich glaube, fast zwei komplette Tüten sind mitgegangen dieses Mal, ähm, einmal im Angebot sind die Lace Chips und es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ich da schon mal was erwähnt habe, diese Kaufland-App mit der Kaufland-Card und mit dieser Kaufland-Card kann man nochmal, ähm, Rabatte bekommen, also entweder über Coupons, die man in der App aktiviert, das ist dann so ein bisschen wie bei DM oder Rossmann, äh, oder man sieht dann auch immer an den Produkten direkt neben dem Preisschild, ähm, auf welche Produkte es nochmal Rabatt gibt und wie viel das Produkt danach auch kostet und, äh, wenn man dann, ähm, in der Kasse die App mit der Kaufland-Card, äh, vor den Scanner hebt, äh, und man hat von diesen Produkten welche eingekauft, dann, äh, bekommt man diesen Rabatt dann, äh, abgezogen. Genau, so viel dazu. Und da war, gehört auch zum Beispiel diese Lace Chips mit dabei, die sind im Angebot und es gab ja nochmal Rabatt, da habe ich hier Sour Cream Black Pepper mitgenommen, äh, genauso war das hier bei diesen, ich weiß nicht, ob es nur bei den Mozzarella-Sticks oder bei den anderen, ich glaube sogar auch war, von Car Classic, einmal Chili Cheese Nuggets und Mozzarella-Sticks in der Tegra-Abteilung. Dann ging hier eine Sellerie-Knolle mit. Jetzt, wo es so kalt ist, wollen wir mal wieder, äh, so richtig schöne Suppe machen. Dann hat man sich ein Schoklad mitgenommen von Milka, weiß ich, ob die im Angebot war, ähm, zweimal zart her. Dann ist im Angebot aktuell das kühne, ähm, Rotkohl, die Gläser, da haben wir gleich drei Stück mitgenommen. Wir essen eigentlich hauptsächlich nur im Herbst-Winter Rotkohl und dann machen wir das gerne uns sonntags, wenn wir irgendeinen Braten haben oder Rouladen, die Klassiker, ne, oder sowas. Und da haben wir jetzt im Angebot wahrgleich drei Stück mitgenommen. Die kommen auch darüber. Ich sortiere das gleich direkt, damit ich, äh, gleich schnell alles verräumen kann. Und solange Raffi dann seinen Mittagsschlaf macht, muss ich ganz, ganz dringend mich oben an meine, äh, Studiensachen setzen. Ich bin diese Woche zu gar nichts gekommen. Ich habe, ähm, meine Vorlesung gehabt, meine drei, und dann habe ich die restliche Zeit eigentlich nur gearbeitet. Und, ähm, jetzt war ich auch zweimal abends, ähm, bei der Aufsicht, da konnte ich auch nichts machen. Jetzt muss ich es halt zum Glück am Wochenende, dieses Wochenende muss ich bei der Aufsicht zum Glück nicht arbeiten. Da habe ich jetzt Zeit, das alles nachzuarbeiten. Genau, dann ging nochmal mit zweimal, ähm, Kasslerbraten. Das ist auch im Angebot. Die hatten leider nur die, äh, noch die Packungen, wo nicht so viel drin ist. Deshalb haben wir zwei mitgenommen. Das gibt gleich die Kühlschrank. So, dann habe ich einmal Crème fraîche mitgenommen. Da will ich mir, äh, noch, äh, hier Kartoffelzuppe machen. Ich hoffe, dass ich das morgen noch irgendwie hinkriege. Das will ich mir nämlich vorkochen. Und dann, äh, einfrieren, dass ich das zum Mittagessen habe, nächste Woche. Ich will so ein bisschen auch wieder runterfahren. Ich habe gemerkt, ich habe wieder so ein paar Kilole zugenommen. Äh, und das will ich jetzt wieder. Ich habe ziemlich viel, oder wir haben in der letzten Zeit ziemlich viel, ja, mit Nudeln, Spätzle und lauter so Zeug auch unter der Woche gegessen. Und jetzt gerade auch über die zwei Tage von Raffis Geburtstag. Das war ja auch eine einzige Fress-Tour. Wir haben so viel gegessen. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt fahre ich das mal wieder ein bisschen runter. Und, ähm, ja, versuchen wieder so ein bisschen in meinen Low Carb reinzukommen. Unter der Woche zumindest. Dann ging noch mit Softlan, weil ich, äh, Spüler, der war im Angebot, hier einmal Frühlingsfrische. Und dann gehen noch Bananen mit. Da will ich jetzt auch morgens wieder, das habe ich eigentlich nicht lange Zeit gemacht, dass ich zum Frühstück immer Bananen und, äh, Naturjoghurt gegessen habe. Also eine Bananen klein und, äh, Naturjoghurt, aber irgendwie die letzte Zeit. Ich habe immer Müsli gegessen und, klar, ist das auch lecker und alles toll. Aber, ähm, wie gesagt, Low Carb ist es halt nicht unbedingt das Müsli. Und dann, mein Mann hat sich sein Bacardi wieder mitgenommen. Ich weiß nicht, ob der glaubt sogar im Angebot ist. Bin ich mir nicht sicher. Oder ob das, oder ob das das nächste Woche kommt. Und irgendwas war im Kaufland Frischbrink auf jeden Fall drin. Dann gingen, oh Gott, die fallen schon alle raus. Gingen noch Karotten mit. Und dann noch vom Bäcker ein, äh, Brot. So, das war die eine Tüte. Und dann noch die nächste Tüte. Da haben wir einmal, ähm, Seitenwürstchen. Die mache ich mir dann in meine Kartoffelsuppe. Frühstern aber mit rein, die gefriere ich nicht ein. Da mache ich, äh, schneide ich die mir dann schön. Das geht ja schnell. Weil mir ist jetzt halt wichtig, gerade, wenn ich jetzt, äh, zwei Vorlesungen, zum Beispiel, hintereinander habe. Ich glaube, das ist das nächste Mal, das letzte Mal. Aber auch, wenn ich dann Vorlesung habe und dann direkt wieder arbeite, eine halbe Stunde später. Ich mache dann immer eine halbe Stunde Pause. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel montags keine Vorlesung habe, als Beispiel, dann mache ich dazwischen immer eine halbe Stunde Pause. Aber da will ich nicht anfangen, erst mir noch irgendwas zu kochen, weil dann ist die halbe Stunde rum. Ähm, und ich kann nicht länger als eine halbe Stunde Pause machen. Könnte ich tören schon machen, wenn ich das will. Aber das muss ich halt dann hinten drauf schieben, die Zeit. Und das schaffe ich beim besten Willen nicht. Äh, genau. Dann einmal, äh, von Hochland Hofkäse ist schon im Angebot. Dann zweimal Lauch. Einmal auch für die, äh, Kartoffelsuppe. Da mache ich gern Karotten mit rein. Deshalb die Karotten. Und, äh, Lauch mache ich auch gern mit rein. Und der Rest, also der andere Lauch und die anderen Karotten, die sind dann für die, ähm, für die Suppe. Äh, dann habe ich hier genau, das ist das Joghurt, was ich mir mitgenommen habe. Ähm, mildes Joghurt mit 1,5% Fett. Und das sind hier so vier Becher. Ich weiß, die Woche hat fünf Tage, aber es gibt keine fünf Becher. Ähm, genau für jeden Tag im Prinzip eins. Und da dazu dann eine Banane. Dann war auch im Angebot von Iglo dieser Backfisch. Dann ging diverse Joghurts und sowas alles mit. Grießpudding verschiedener hat mein Mann sich ausgesucht. Dann, äh, hier nochmal Grießpudding. Ähm, der Raffi wieder seinen Joghurt. Einmal Kirsch, einmal Heidelbeer. Und ich hab ihn auch zweimal mitgenommen. Ich nenne mir da gerne für ein Kacklassik den Fettarmjoghurt mit. Einmal Heidelbeer, Pfirsich, Maracuja. Genau, und das wäre jetzt, und das wäre jetzt alles für die Suppe, wo wir selber machen wollen. Und zwar ist da einmal dabei Eierstich. Dann, äh, so Markklößchen. Und einmal, äh, Mini-Maultaschen oder Suppen-Maultaschen. Genau, und dann halt das Gemüse kochen und so weiter und so fort. Und das kommt dann praktisch hier, das alles als, äh, Suppeneinlage dann mit dazu. So, genau. Und die Tüte ist auch noch. Getränke haben wir noch eingekauft. Sprudel, aber das, äh, steht noch unten. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem, äh, etwas größeren Kaufland-Hall dieses Mal. Äh, ich würde an der Stelle auch den Vlog beenden. Und, ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Ciao.